Ich habe gerade ein neues Musical geschrieben, das heißt, das Molekül geht um DNA, alles in einem komödiantischen Musical. Das Molekül geht eigentlich um die DNA-Findung, um die DNA-Struktur, um die Personen, die es gefunden haben. Im Prinzip, was ist das Leben, woher stammen wir, wie sind wir aufgebaut? Das Molekül ist ein Musical, das hoffentlich wird den Zuschauern eine Verbindung schaffen zu dieser Materie erst mal und auf eine sehr unterhaltsame Art. Wir waren die Ersten, die die komplette Sequenz eines lebenden Organismus entschlüsselt haben. Ich rede vom Bakterium Hämophilus Influenza. Ich glaube, die Zuschauer gehen mit einem Gefühl nach Hause, was ist Leben? Und machen sich mal irgendwie vielleicht Gedanken über das Leben selbst, was da alles dahinter steckt. Und damit ist meine Präsentation beendet und Sie können das Saarlicht wieder anmachen.